Die perfekte Choreografie. Unter diesem Motto lädt der SC Siemens Stadt groß und klein ein, um sich von dem neuen Programm des traditionellen Schauturns begeistern zu lassen. Die Veranstaltung, auf die die Turnabteilung spätestens seit den Sommerferien gemeinsam hinarbeitet, alle Gruppen gemeinsam haben ein Ziel. Und das Ergebnis dieser Arbeit über viele Wochen, das präsentieren sie dann hier in der Sporthalle. Gemeinsam erzählen die Gruppen auf turnerische Weise die Geschichte eines kleinen Mädchens, welches auf der Suche nach der perfekten Choreografie ist. Dabei begibt es sich auf eine Reise durch die Stile der Musik. Bei Genres, Klassik bis hin zu Jazz und Schlager ist für jeden Geschmack etwas mit dabei. Mir hat am besten der von meiner besten Freundin gefallen, weil da auch mein Lieblingslied drin vorkam. Alles atemlos von den Lädenfüchern. Und ja, das fand ich richtig toll. Die Turngruppen vom SC Siemens Stadt verzaubern ihr Publikum mit aufwändigen Choreografien, Kostümen und Kulissen, bevor sie ihre Show mit einem einzigartigen Finale beenden. Die Endpyramide, die ich gemacht habe, war ich so glücklich, weil die richtig toll geworden ist, also weil die mir richtig gut gelungen ist. Die Turnhalle ist an diesem Wochenende mit vielen stolzen Gesichtern gefüllt und das Schauturnen in seiner großen Vielfalt ein voller Erfolg gewesen. Alle kommen zusammen, jedes Alter. Turnen verbindet einfach nicht nur die Musik und die Choreografie, sondern wir haben Gerätturnen gesehen, wir haben Tanz gesehen, wir haben alles in der bunten Mischung gesehen. Und das macht halt auch den Reiz der verschiedenen Angebote und dieses großen Schauturns dann jedes Jahr immer aus. Wer jetzt Lust aufs Mitmachen bekommen hat, der kann gerne auf der Homepage vorbeischauen. Der Verein bietet Turnen für jedes Alter an, da für den SC Siemens Stadt die perfekte Choreografie des Tonens die bunte Mischung aus allem ist.